Willi? Du bist der Erste, den ich, äh, wenn ich sehe, einen Pfeil in den Arschramme. Aber einen echten. Ja, ich bin aus meiner Augen. Erster! Er ist wirklich nicht so schwer, Delsny. Du bist fast am Ende. Der erste Sprung ist der einzige Sprüge, was ich da arbeite. Du hast noch 20 Sprünge, Delsny. Delsny, Delsny, Delsny. Delsny, 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 Delsny. Delsny, 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 Delsny. Alter, Delsny, du bist zu Stil. Alter, das kann doch nicht wahr sein, ey. Da komme ich schon mal so weit, ja? War endlich weg von... Danny! Und dann passiert sowas, Alter. Wenn Delsny aufregen. Ey, das ist zum Kotzen, ohne Spaß. Das mag ich jeder, ey. Das ist zum Kotzen, ey. Du triffst ja doch nicht mal die Leiter. Ja. Das ist zum Kotzen, ey. Skontos, Skontos, vier Mal in Berlin. Bei uns, wird es in Berlin. Ich weiß echt, was du sagst. Schreibt's mal die Kommentare, wenn ihr es wisst. Oder hast du's? Steht auf, wenn ihr Berliner seid. Steht auf, wenn ihr Berliner seid. Steht auf, wenn ihr Berliner seid. Im Krankenhaus. Und was ist, wenn sie aus Brandenburg kommen? Was auf Bier geben? Brandenburg. Der nicht kommt aus Brandenburg, also ist nicht schlimm. Wo war hier? Und wenn sie aus Köln kommen? Und China? Und Bayern? Ja, ist Chinas Burg im Leben. Und Chinaburg? Chinaburg. Chinaburg. Chinaburgistan? Ich bin oben gegen den Block gesprungen. Ich bin oben gegen den Block gesprungen, ey. Was für ein Block? Da oben ist doch gar kein Block. Da oben war ein Block, oder? Alter, Danny! Das geht gar nicht, Tosny. Dann, dann, dann hatte ich, dann hatte ich einen Gurusprung. Ja, ja. Immer diese Ausrederei. Doch, wer ist nicht gesprittet mit uns? Halt mal dein Maul. Was? Halt dein Maul. Das war echt nur die Qualität. Viel besser als sonst. Ja. Also soll ich lieber ab sofort so reden? Ja. Hört sich besser an. Okay. Allerdings krieg ich den Ellbogenkrampf. Dann mach mal bitte unter dem Mikro, Alter. Den holst du ein bisschen näher ran, wenn der sich oben kommt. Alter, Tosny. Was war das denn? Na, sorry, dass ich da abgepimmelt bin, Mensch. Kann ja dafür ohne nix, ey. Ich musste mir meine Eier wieder richten. Ja, das ist normal. Das sehe ich mir auch ab und zu. Das passiert manchmal. Wo ist denn der Danny eigentlich? Der ist kurz weg. Ach, dieser Danny, ey. So toxic. So, da bin ich wieder. Ich hab mein Mikro umgebaut. Ja, ist viel besser, Alter. Wo bin ich denn hier? Du hast das immer. Du hast den Mikro um ein halbes, 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 halbes weg von dir anscheinend, wa? Ja, anscheinend. Dann bin ich hier hinten hingekommen. Wer hat mich hier teleportiert? Keiner. Du bist du hängen gelaufen. Wie heißt du hier? Warum soll ich hier herlaufen? Weil du ein Eselficker bist. Ach so. Das ist da gibt's Sinn. Du hast den letzten schwerer Sprung. Alter, da rutscht der da rüber. Das ich hab den nicht. Das ich hab den nicht. Ach komm, meld dich ja ja nicht hier, Danny, wa? Ne? Du warst noch nicht mehr so weit. Du kleiner behinderter Homo-Fisch. Du warst noch nicht so weit. Oh Gott. Alter, was ist denn jetzt hier los? Oh, Willi-Mann. Hallo. Man nennt mich Willi-Mann. Willi-Mann, der alles kann. Oh Gott, ich wär beinah zu weit. Warum nenntest du mich eigentlich Willi? Was warst du mit dir? Ich lenne dich schon immer Willi. Ich heiße Willis. Das stimmt allerdings. Ich hab dich so kennengelernt, du kleiner homophobischer Tosnificker. Ne, das ist normal. Na, Standard. Ach man ey. Jeder ist auch ein Tosnificker, oder? Ja, wenn er Tosnificker, dann schon. Ich wusste gar nicht, dass mich so viele Leute ficken. Das ist mir neu. Einfach versauert. Alter, das ist die Katze. Der ist mit dem Lacken. Entschuldigung. Alter, diese ganzen Katzen. Miezi. Miezi. Geht alle weg hier. Das ist meine Plattform. Leider ist ja kein Block, wo man wirklich Miezi-Baume draufbauen kann. Das ist gut. Ne, ist scheiße. Bausenblock. 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 So, wo muss ich ein Netz denn eigentlich? Auch hier oben. Hier oben. Ach du scheiße. Mal ein Miezi, jetzt geht doch mal weg. Ich habe das Gefühl, dass ich den Sprung nicht... LOL, wo kommt die denn her? Können wir bitte die Miezi wieder weg. Machen wir bitte die Miezi wieder weg. Mach mal die Miezi wieder weg. Ach du, die Miezi weg? Ja, dankeschön. Wow, das ist nicht, Alter. Das ist so fickerig, Alter. Und der Sprung ist so kurz, wa? Wo war denn jetzt überhaupt das Ding? Ach hier hinten? Hier ist es. Hier ist es. Meine Hände schwitzen schon, wa? Ne, das war ein Daumenfang. Der Anfang. Von Gelbigkeit schwitzen meine Hände. Nein. Das war scheiße. Ist das dein Ernst, Alter? Ist das dein Ernst? Boah, was hast du eigentlich für Internet? Weißt du, ich hau dich. Zwei Minuten später in der Luft, wenn du plötzlich gesprochen bist, kriegst du den Schlag ab. Dann fragst du dich doch mal, was, was du für ein Internet hast. Das ist ja Katzenregen. It's Manning Cat. Hallo, Manning. It's Manning Cat. It's Manning Cat. Manning Cat, Alter. Ich meine, 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 meine. Manning Cat. Das hat mich gerade gesagt. Oh, Mann, Willi hat das mich runtergebuckt. Entschuldigung, muss Katzenregen los. Katzenregen, Katzenregen, Katzenregen. Katzen haben alle Angst vor mir. Sag mal, Willi, was war eigentlich dein erstes Wort? Was hast du gesagt hast? Hyper, Hyper. Das sind zwei Wörter. Den Hyper. Woran hat sie gehypert? Barbenjungen. Schafft das nicht? Der letzte. Der nächste letzte, glaube ich. Nee. Er hat schon zweimal aufgegeben. Ja, es geht um heute, Mann. Und das hat er schon zweimal aufgegeben. Ich darf unter mir Blöcke setzen, ne? Genau. Das ist so eine Sonderregelung, weil man es schon mal aufgegeben hat. Dann darf man sich die komplette Base-Stage langbauen. Ach so. Ach so. Das wusste ich noch gar nicht. Es sei denn, mein Heißt Haus nicht. Ach, verdammt. Na, ist ein Problem. Das ist jetzt doof. Mal gucken, ob es Danny jetzt macht. Ich glaube, es sollte ich einfach Newton damit du mal die, damit ich dich nicht hören muss. Von hier bin ich wohl ein weitergesprungen auszusehen, ne? Da habe ich gerade aus. Sehr gut. Ich brauche eine neue Tastatur. Und da wird es die ist so. Ja, sagst du. Da sagst du, während ich da bin. Jetzt ist die Tastatur schuld, ja? Jetzt ist die Tastatur schuld, ja? Jetzt ist die Tastatur schuld, ja? Nee, aber ich hab schon überlegt, ob du meine alte kriegst. Ja, wow. Die ist besser als deine. Wenn du eine von mir haben und ich hab noch eine Funktastatur rumliegen. Ja, wow, wenn die alle ist, dann bricht er sich um in Minecraft. Ich hab da noch nie die Batterien gewechselt und die funktioniert immer noch. Echt? Drei Jahre alt oder so. Die Tastatur kann man immer noch drücken. Nein, die funktioniert auch noch. Oh Gott, Danny, alter. Die ist noch immer nicht auseinander gefallen. Das war jetzt nicht gut. Die Tastatur kann man immer noch drücken. Die Batterien noch nie gewechselt. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hab dann noch nie die Batterien reingemacht. Die Tastatur kann man immer noch drücken. Geh, wenn du dich wiederholst, ist jetzt hier langweilig. Ja, nee, ich hab's ja umgewandelt. Du, du bist fiegen. Du Katzenficker. Du Katzenficker. Du Katzenficker. Fick dich in das Mauer, Katzenficker. So, Danny, jetzt mach das mal bitte, ich will weiterspringen. Ja, Wahnsinn. Es geht weiter. Wohin? Ne, da lange nicht. Ach, jetzt was? Na gut, so geht's auch. War das richtig? Das war eigentlich richtig. Das war geschickt. Das war geschickt. Das war geschickt. Das war geschickt. Das kann sich hochporten. Nein, will ich nicht. Ich glaube, ich habe auch gar keine Rüstung mehr, oder? Ne, hast du nicht. Muss ich mir mal ganz schnell eine holen. Ne, musst keiner mehr holen. Langsam reicht es einmal. Der Rüstung. Ich will jetzt eine haben. Zumindest das hier. Ich bin ja so ein stahlharter Typ. Ich bin im Wasser eingeblieben. Deswegen reicht mir ein Dings hier. Ein Ding reicht dir. Alter, Willi, wa? Ja, sorry, Danny. Spastinator. Ja, ich habe mich aus dem geblockt, weil es in Minecraft noch blocken geht. Du hast mich angeguckt, weißt du? Und dann bin ich runtergefallen, weil deine Blücke machen schwerer. Deine Blücke. Meine Blücke. Verdammt, jetzt bin ich runtergefallen, weil ich lachen musste. Das kenne ich den Witz. Die kann ich nicht. Nein! Ja, nein! Ja, 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 nein! 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 Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ich bin safe. Ich habe es nicht geschafft. Safe. Oh, jetzt geht es wieder los. Warm, Junge. Oh. Du hast nicht geschummelt. Geschummelt? Was ist da das denn? Wow, Danny. Ich habe gar nicht geschummelt. Mach mal die Tür auf, Danny. Nö. Ja, aber schummeln. Schummeln? Ne. Kannst du vergessen? Das war sofort unser Geheimwort für schummeln. Das erkennt keiner. Schummeln? Wow. Wow, das ist so unglaublich kreativ, Danny. Ja, aber nicht gerade sagen. Das hat ich kreativ. Ich habe mir das Wort nicht ausgedacht. Aber jetzt machst du es. Ja. Jawoll. Easy. Hast du leider zu uns, na? Wenn ich will aufgehen langsam. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich sage, tausendin mal das Aufgeben soll. Ich? Ne, ne. Tausendin gibt es Atmen auch. Komm, lass es einfach. Okay. Ja, Atmen ist echt. Du verbrauchst so viel Duft, was nicht. Ha. Tausendin, wir haben keine Luft mehr hier im Steine. Ich glaube, wir müssen mal langsam duften oder wechseln. Ja, also langsam sollte man ein Fenster aufmachen. Sie hätten eine Aufnahme? Ja, klar. Wir sind doch professionell Wilmsmann. Ja, Entschuldigung, habe ich vergessen. Professionell. Alter, diese Fackel, wacke an die man jemand abbauen. Ich bin da hingewingen. Ja, genau. Ich habe mich an der Fackel verbrannt, man. Ach so, ja, das ist ja doof. Das ist ja ungünstig gelaufen, aber ich kann dir die Fackeln. Ne, ich bin eigentlich gelaufen. Hat jemand eigentlich schon den Text gesessen? Was ist das denn? Wenn du an der Seite nicht springen kannst, dann wirst du es hier spätestens werden. Na gut, aber wir mussten es ja schon vorher können. Ja, ja, aber ich meine, jetzt ist es nur noch. Jetzt kommt ganz viel so was davon hintereinander. Vor allem das geht mega weit, ne? Ach nee, hier ist der Checkpoint. Ach nee, hier ist der Checkpoint. Ach so, ja, das ist ja easy, ey. Easy, ja, das ist wirklich nur eine kurze Challenge eigentlich. Alter, wir sind ja schon Stage 55, das ist gar nicht so schlecht. Wie viele gibt es 12? 100 gibt es genau. Aber danach kommen richtig fiese Sachen noch. Alter, was ist, was man hier noch erst hat, wa? Das ist so viel. Spoilern. Das ist noch so viel. Hat dein Maul jetzt hier hochgekommen? Wir haben so irgendwie so gar Angst geschafft. Obwohl, eigentlich haben wir schon über die Hälfte, also eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist das so wahr. Eigentlich wären wir schon durch, wenn den nicht so lange brauchen würde. Ja, das ist gut. Genau, und wenn 1000 nicht so inkompetent wäre. Hallo, ich habe das als erster beendet. Das ist was Glück, man. Ach so. Ja, normalerweise ist es Willi der Baum. Das ist wohl wahr, dass ich der Beste bin. Der Baum, habe ich gesagt, ich der Beste. Was ist denn der Baum? Ein Baum, der oben fällt. Mhm. Ich habe übrigens einen Trojaner. Willi, alter. Willi, lass uns das tt. Was denn? Ey Muschis. Was denn? Ich habe übrigens einen Trojaner auf meinem PC, hier hat sich Kaspersky gerade gemeldet. Oh geil. Und den geht es auch noch auf YouTube hoch, ja, mit den Videos. Hast du echt? Nein. Den werde ich gleich vernichten. Was, YouTube? Nein, die Trojaner. So. Ja, YouTube. Der wird gleich YouTube vernichten. Der wird alle Trojaner vernichten. Das mit dem. Ja, was für ein Arsch doch da. Ja, reist der eine Zeit zurück und vernichtet die Trojaner, also echt. Oh, ich hoffe jetzt. Ich hoffe, es fliegt nicht auf die Challenge, ey. Das wäre sonst ziemlich übel. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Hier ist alles kaputt. Hier ist alles kaputt. Ich kann nicht weitermachen. Willi kriegt einen Punkt abgezogen und ich klappe auch dann. Ah, einen Punkt abgezogen, cool. Ich bin minus eins. Sag mal, Danny, was bubbelt eigentlich um dich herum? Das ist ein goldener Apfel. Achso. Du hast einen mega knappen TNT gerade. Ja, das stimmt. Den habe ich ja gegessen, als die Bomben waren. Ja, das passiert. Den Sprung habe ich hier noch nie geschafft, ne? Denny, Alter, das ist nur ein Dreiersprung. Ja, aber nach oben. Ja, aber das ist voll einfach. Aber das ist wirklich einfach. Nur weil ich einen einzelnen Hochsprung hatte, ich bitte euch. Ja. Oh Gott. Und nochmal geschafft. Oh Gott. Ich habe ihn jetzt gerade auch nicht geschafft. Du bist auch ein Kackvogel. So, geschafft. Komm, wir springen. Komm, wir springen. Auf einer Adventure Map. Komm, wir springen. Komm, wir springen. Auf einer Adventure Map. Gott, wir haben's. Gott, wir haben's. Das geht doch bestimmt wieder schief, ey. Guck, du Spinner machst auf Liebe mit der Schampe. Nenn sich hat sie doch. Jeder Penner war schon hinten bei ihr drin. Taxi. Jeder Penner war schon hinten bei ihr drin. Taxi. Taxi. Nee, äh, was heißt das nicht? Jeder Penner macht. Nein, das war richtige Richtung. Das war ein bisschen hoch. Ja. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Nein. Das ist wirklich cool. Ach Mann, Danny, Alter. Ich bringe jetzt ganz gute Sache in die Luft, ey. Du sollst dich nicht runtergraben, wo willst du hin? Nein, du sollst dir keine Blöcke nehmen. Nein, ich mach dich vor... Danke. Jetzt komm ich jetzt wieder raus. Oh, wenn das Spaß war. Der Boot sich gestimmt durch. Vor allem Sandblöcke sind mega sinnig. Ja. Das tolere ich dir nicht. TNT. Das ist für's Cheap King. Ich hab nicht mein Herz verloren. Ich komm nicht mehr hoch. Willi hat mich ehrlich kaputt gemacht. Ich muss immer von vorne anfangen. Ja, du musst auch von vorne anfangen. Ja, von ganz vorne. Genau. Danny, geh doch mal hoch da jetzt. Du kannst jetzt weiterspringen. Ach so, ja, wusste ich nicht. Alter Danny, Alter.